und da sind wir wieder zurück zu seven days to die so ich werde jetzt einen qualvollen heldenhaften... Entschuldigung, Entschuldigung, ja natürlich, sag doch mal, sag doch mal, du darfst hallo sagen, doch du darfst hallo sagen, doch du darfst hallo leute und bist du glücklich ich sterbe gleich einen heldenhaften hungertod, 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 hungertod Tja, das gab ein Holz, ne? Ein Holz? Ein Holz! Klopf aufs Holz! Ey, ich bin schon wieder hungrig. Schon wieder? Du hattest doch gestern erst Hunger. Den ganzen Tag. Ich hab nochmal ein paar Steine. Äh, ich kann das Haus schon sehen, Jasmin. Nach der Runde geh ich aber hoch. Bist du zu, äh, bist du zu Hause? Ne, ich bin an dieser Werkstatt oder was das hier ist. Achso, an dem Schottplatz? Hm. Ah, nee, da oben in dem Haus war ich ja auch schon drin, ne? Ah, ich hab kurzzeitig gedacht, ich hätte da noch was übersehen. Hm, Errungenschaft freigeschaltet. Nahtoderlebnis. Freut mich. Haha. Alter, wo buddelst denn du überall Löcher? Wieso ich? Hier sind Löcher im Boden. Wo denn? Ne, vor unserem Grundstück. Hä? Das warst nicht du? Weiß nicht, wo du meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, wo ich meine. Nein! Möcht ich hier nicht rein, oder was? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Leiter hochkomme. Aber gerade so. Äh, ja. Ja, gib mir doch erstmal ne Kartoffel. Oh Gott. Ich bin fast gestorben. Ich ess mal drei. Und dann hast du auch noch drei. Und dann koche ich nochmal, äh, äh, gekochtes Ei. Wieso? Ich hab doch... Ich hab doch... Äh. So. Du, 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 du. Und jetzt machen wir nochmal Ei. Ah. Ah. Du, 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 du. Wunderbar. So, jetzt kann ich erstmal... Ich kann ja trübes Wasser aus dem Schnee machen. Das Wasser koche ich ein. So, ich muss jetzt erstmal Kisten aussortieren. Das packe ich hier auch wieder rein, bevor ich das noch verliere. Also, wir brauchen echt langsam mehr Kisten. Äh, wir haben übrigens noch ne... Ach, du hast noch gar keine Spitzhacke, ne? Ne. Doch, ne. Never mind. Hatten wir nicht Bräuchchen, wenn es... Ach so, das wäre ja unten drin. So. Da war ich schon. So. So. Jetzt habe ich noch einen Messinggriff. Rohr, Klebeband und Datten hier. Der braucht jedes Mal einen ganzen Slot, ja? Bestrahlt die Zombies, die haben wir ja noch gar nicht. Ähm... Rohr. Messingheizkörper. Geil. So, hier habe ich noch Klebeband, aber nur eins. Die Messingheizkörper würde ich einschmelzen, wenn es für dich okay ist. Oh. Jetzt habe ich mein Holz abgelehnt. Ja. Den da rein. Den da rein. Den da rein. So. Eisen, Lehm, Stein. Stein kann man auch einschmelzen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ähm... Dann habe ich jetzt noch was für dich. Die beiden Sachen... Können unten eigentlich in die Kiste. So. Den da hin. Ich habe hier noch einen Zweier-Steinsperr. Das für dich. Vielleicht mal ein bisschen aussortieren. Die Kleine ist zwar praktisch. Den würde ich aber eher oben hinlegen. Ich komme nicht hoch. Ähm... Da. Äh... Den... Da. Warum hat er die nicht gesteckt? Achso, weil ich die hier unten drin habe. Äh, ja, ja, ja. So. Können wir den Bugger noch stabilisieren. Äh... Äh... Ja, jetzt habe ich das genau falsch rum gemacht. Bist er da. So. Ich denke mal, wenn wir auf, äh... Zwei Block hochgehen, reicht das erstmal. Weil draußen sind es ja drei Blöcke letztendlich, ne? Oha, das nimmt so viel weg. Jetzt habe ich den Clownhammer oben. Clownhammer. Den Clownhammer. Und ich habe gerade mit Unfähigkeit geglänzt. Ja. Oha, die Ecke haben wir jetzt gar nicht verstärkt, ne? Das können wir ja von innen gar nicht machen. Ich bin schon wieder hungrig. Du kriegst die Tür nicht zu. Ich gehe hier aber einmal im Kreis noch schnell rum. Dann will ich nochmal schnell was zu essen machen. Oder was essen. So. Ähm... Packen wir das erstmal wieder zurück. So, hier ist alles fertig. Gut. Dann würde ich die zwei Eier einmal essen. Muss auch erstmal was essen. Das blinkt schon rot hier. Also essenstechnisch, wir sind echt schlecht ausgestattet, ne? Können wir Mais auch kochen? Ja. Mais. Gekochte Maiskolben. Aber wir sehen jetzt nicht, was die uns bringen würden, ne? Mais Brot. Maismehl und Wasser. Wir haben noch Maismehl. Ja. Warte mal. Gut. Dann müssen wir nochmal trinken und wieder zurücknehmen. Da bist du jetzt gerade dran, ne? Ja. So, warte mal. Kann ich hier raus? Ähm. Maismehl machen. Oh, geil. Oh, wir müssen nie wieder Hunger leiden, Jasmin. Nie wieder. Ach, wir müssen ja hier oben auch noch alles mit Holz aufwerten, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht. So, aber ich wollte jetzt einmal hier zu den Kartoffeln gucken. Kartoffel, Anbau, Anbau. Also nur nicht erntreif. Schade. Ich will mal etwas wieder zurückhaben. Achso, hier. Ich hab was für dich. Wenn du Zeit hast. Nee, ich muss erst mal hier alles. Okay. Komm einfach zu mir, wenn du Zeit hast, ja? Mhm. Da wirst du dich richtig drüber freuen. Ich sag dir, du wirst morgen deinen ganzen Freundin davon erzählen. Vielleicht machst du noch eine Insta-Story oder so. Du wirst richtig ausflippen. Du kannst bestimmt die ganze Nacht nicht schlafen, weil du damit rumspielst. Ja. Ach, du quatschst wieder. Nein, das ist absoluter Real Talk, baby. Eine Ahnung, was klebe man das jetzt hinten. Äh, links, links, linke Kiste, unten links in der Kiste. Wo hast du es hingepackt? Weiß ich nicht mehr. Links oben. Äh, ja, das ist falsch. Echt? Und, äh... Ist das alles durcheinander hier? Äh, nein. Das hat sogar ein System. Oben haben wir mechanische und elektrische Teile, Reparatur-Kits und Waffen. Waffen und Rüstung. Darunter haben wir alles gemischt. Äh? Oh. Und die Kiste ist auch voll. Die Mischkiste. Äh, dann haben wir hier Erze. Oben. Und hier Nahrungsmittel. Wo du die Bäume reingeschmissen hast. Kein Problem, ich pflanze die noch an. So, wenn du... Eine Maximale Aussage wurde um 8 Sekunden verringert. Hast du einen Moment? Was geht's denn in der Nervensäge? Pass auf. Bist du bereit? Hm. Meistens sind's Feuer. Genau. Der Stein brennt nicht so schnell. Und was sagst du? Oh. Oh, das sieht aber brutal aus. Ziemlich maskulin, ey. Ah, yes. Stabil. Stabil, Bruder. Stabil. Stabil, Bruder. Ja, Digga. Du bist der King. Danke, danke. Geh weg. Ich wurschte doch, dass ich dich glücklich machen kann. Gehst du schon wieder los? Ich will Wasser holen. Schon wieder ein Level ab. Ich muss mal wieder Punkte investieren. Äh, ich hatte was gesehen, dass ich Maschinengewehre herstellen könnte als Infanterist. Kein Holz mehr. Ich investiere jetzt mal kurz ein bisschen Zeit in Bildung. Äh, ja. Das geht leider nicht. Ähm. Glücklicher Sammler geht nicht. Wo hab ich denn das gefunden gehabt? Vom Landleben. Gut isoliert. Schmerztolerant. Äh, du erhältst dich, äh, bei einer Kiva. Oh, toll. Ist nicht wahr. Jetzt lass doch mal meine Spikes heile. Die brauchen wir noch. Ja, ich bin tot wegen den Scheißdingern. Naja, dein Rucksack liegt ja vor der Tür. Ja, egal. Ich hab aber Wasser gesammelt. Mich nervt das gerade. Weil die blöden Dinger da so im Weg stehen. Ich hab sogar das, was du mir geschenkt hast, jetzt verloren. Das liegt alles vor der Tür. Ja, aber ist doch trotzdem nervig. Wenn man da selber die ganze Zeit gegenläuft, obwohl man vorsichtig lang geht. Äh, Bogenschießen wäre vielleicht noch praktisch. Wenn ich jetzt nochmal mich verletze, dann geh ich nicht mehr raus. Ich nehm die gleich weg, okay? Wo hab ich denn das gefunden mit Infanterist hier? Schädelbrecher. Das wär natürlich auch was Geiles, ne? Krügelpeter. Hm. Geh gleich hoch, weil mich das nervt gerade da hinten. Ja, ich weiß. Äh, soll ich Schrotflintenpenner lernen? Dann könnte ich Schrotflinten herstellen. Mhm. Hab ich jetzt gelernt. So wie du's wolltest. Hä? Wieso ich? Äh, da, 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 da. Okay, die stören dich also, ja? Ja, ich bin da jetzt schon das dritte Mal gegen gelaufen. Obwohl ich ganz normal noch rausgegangen bin. So, ich hab jetzt jeweils, äh, links und rechts neben der Tür erstmal einen weggenommen. Hm. Kannst ja gegen Arm wieder hinbauen. Ja, vor dem Blutmond. Reicht ja, ne? Kannst du zumachen unten. Wollen wir denn, ja, das hab ich ja vor. Wollen wir das mit Stacheldraht auch machen? Alles. Macht das Sinn? Müssen wir ja später alles wieder abbauen, ne? Na und? Hauptsache, die kommen nicht rein, ey. Ist natürlich was dran. So. Ich möchte jetzt also einen Stacheldrahtzaun. Und dann bräuchte ich... Ich hatte jetzt 40, äh, ja. Ups. Shift. Das verstehe ich nicht. Es geht hier oben, die Tastatur, und ich will sie mich jetzt verkackeiern hier, oder wat? 5. Ich kann nur 49 machen. Oh Gott, du bist so doof, ey. Ah, Philippe. Äh, äh, Hilfe. Hilfe, hilf mir doch. Oh, ich komm hier nie runter. Ist nix passiert. Ich komm hier nie runter. Ey, ist das ne Kacke hier. Okay. Was hatte ich jetzt... Wieso hab ich jetzt hier ein Ladefolger, oder ne? Ich spring hier einfach runter. Äh, äh. Ich geh jetzt mal davon aus, dass das passt. So. Kennst du das, wenn du aus Versehen die falsche Taste drückst, und du hast die ganze Kiste in deinem Inventar? Hä? Ne, das hab ich noch nicht geschafft. Ich auch nicht. Hab davon gehört, dass Leute so dumm sind, und... Was heißt denn dieser Sensemann da unten bei mir? Stirbst du? Keine Ahnung. Bist du infiziert? Ich hab keinen Kontakt gehabt. Ich hab keinen Kontakt gehabt. Nee, vielleicht, äh... Warum weißt du das nicht? Boah, gut. Du weißt, was sonst noch mal alles oder nicht? Ja. Du sagst ja auch immer, du bist allwissend. Ja. Okay. Weil dem so ist, Jasmin. Aber diesmal ist es ja nicht so. Ach, jetzt warte mal. Ich brauch also noch... So habe ich mir einen Wasserkrug. So, das kommt da rein. Wir sollten vielleicht noch mal... Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann. Wasserkrug herstellen. Ähm. Oh. 33? Hallo, nein. Bist du doof oder was? Ich? Nein. Wo ist dein Problem? Ich komme hier nicht mehr aus dem... Aus dem Dings raus. Aus dem Schmelzofen. Jetzt. Okay. Versuch Nummer zwei. Okay. Versuch Nummer zwei. 14. 14. Ist okay. Wir... Wir nehmen 14. Alles cool. Lässt du jetzt so, ne? Ja. Ja. Ich wollte die ganze Zeit 15 und dann tippt er da ständig 3, 1, 4 und hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich aufgegeben. Hm. Jetzt habe ich mir gesagt, okay. Bin, äh... Ist dem halt so. Ich pflanze mal ein paar Bäume bei uns in der Nähe. Aber auch ein bisschen verteilt, dass das immer noch schön aussieht. Aber, dass wir hier auch, ähm, abbauen können, ne? Holz. Dass wir nicht so ewig weit laufen müssen. Hier nochmal eine Eische. Eine Eische. Eische. So. Oh Gott, oh Gott. Kann so viele Bäume pflanzen. Ist gar nicht wohin mit dem ganzen Kram. Leer. Irgendwer hat hier die ganzen Nester und den ganzen Müll durchforstet. Hm. So, hier können wir ein bisschen enger pflanzen. Das sieht man von uns aus nicht. Oh. Ja, gut. Könnte man doch sehen, aber... Ist halt nicht so schlimm, ne? Ist schon... Ist schon eine Ecke weg. Also, sieht gut aus. Gut aus. Von uns aus. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab zwei Maisbrot gegessen. Ich hab schon wieder Hunger, Jasmin. Oh, ich würd hier gern mal Fleisch irgendwie... Diese ganze vegane Scheiß, der macht ja nicht satt. Weil es ist zwar geil, dass du die Möglichkeit hast, aber es hält halt nicht lange, ne? Hm. Oh. So, deine ganzen Eichenbäume hab ich verpflanzt. Mhm. Jetzt hab ich noch 24, 23 Nadelbäume. Na denn? FFN. Jawoll. Fleischwerbung. Äh, nee. Ich hab jetzt gewonnen. Ich krieg jetzt Geld von FFN. Die haben dich ja nicht angerufen. Ja, ich hab's trotzdem gesagt. Die wollten mich anrufen. Die haben dich trotzdem nicht angerufen. Doch. Das ist aber, glaub ich, bei FFN auch nicht mehr. Nee. Bei Antenne, glaub ich, ist das so. Ach so. Meinst du, ich krieg trotzdem Geld von denen? Hm, das stimmt. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte das umsonst gesagt. Oh, sieben. Eins, zwei. Drei. Vier. Äh, äh. Fünf. Äh, was war das denn, ey? Nee, 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 nee. Sechs. Sieben. Oh. Geschafft. Da ist ein Huhn. Ich versuch, das richtig zu zerlegen. Ich hab halt keine Ausdauer, ne? Es ist so ein... Geht einfach? Ja. Ein bisschen. Jetzt hab ich das Huhn aus den Augen verloren. Ja, ja, ich hab noch mal Eier. Wo sind denn blöde Huhn? Kann doch nicht so weit weg sein. Da. Ich seh's. Ich hab jetzt keinen Bogen mit. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ja. Du kannst hier sprachinteragieren im Spiel. Ah, ja, 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 ja. Es läuft direkt zum Zombie. Das ist doch kacke. Ich hab keine Ausdauer mehr. Das Huhn ist schneller als ich. Komm, verschwinde. Ich will das Huhn haben. Du passt mir jetzt so gar nicht ins Bild. Kleinen Moment. Oh. Das Holz, um das zu reparieren. Oh. Weg mit dir. Ähm. Wo ist mein Hühnchen? Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ich glaube ja, wir sterben beim Blutmond. Ja, sowieso. Hehe. Aber wir haben zumindest ein bisschen Munition, Waffen, Fallbogen. Ich würde aber auch sagen, wir nehmen erst mal Fallbogen, bevor wir die Pistolen nutzen. Hm. Weil wir haben beim ersten Blutmond nicht so viele Zombies. Weißt du nicht? Doch. Und woher denn? Der wird logischerweise immer schwerer, je länger man das Spiel spielt, also desto weiter man kommt. Und wir werden am Anfang nicht so viele Zombies haben. Wir haben über 1000 Steine jetzt. Und deswegen würde ich sagen, dass wir am Anfang mit Pfeil und Bogen auf die schießen. Oh, da hat sich einer verlaufen. Warte, warte, warte. Den Stein. So, jetzt haben sie sich verlaufen, Sir. Er winkt hilfend mit den Armen. Also, Bronsen, 448 Steine haben wir jetzt. Keine Ausdauer. Klippo. Bleibt unten. Ich habe schon wieder Durst. Durst, Hunger, Durst, Hunger, Durst. Ich trinke jetzt hier drei Wasser. Ich kenne jetzt hier nichts. Ich trinke erst mal zwei Wasser. Habe ich als Reserve. Hast du gehört mit den Steinen? Ja, das ist sehr gut. Ich bin positiv überrascht. Ich habe das Huhn wieder gefunden. Endlich. Ich lachte das mal. Komm her, du Sau. Das ist schneller als ich. Ich komme da nicht hinterher. Was ist denn dieser Sensemann da, ey? Bleib hier. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Nein! Der Kleiner Rückschlag hat einen Erfahrungsverlust hervorgerufen. Gewinne Erfahrung, um den Verlust abzuarbeiten. Versuche für eine Weile nicht fast zu sterben. Und das wäre toll. Hä? Okay, du sollst eine Weile nicht fast sterben. Hä? Ich habe nicht mal einen Zombie gesehen. Ne, er geht vielleicht um den Hungertod oder so. Wo ist denn dieses Chicken jetzt hin? Gut, 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 gut. Das ist halt so dumm, dass ich keinen Bogen mit habe. Ah, da, ich sehe das Hühnchen und es läuft wieder weg. Was ist denn das? Was ist denn das? Sly. Ich habe eine Bleimine gefunden. Weiß nicht, ob ich das auch... Soll ich das markieren auf der Karte oder macht keinen Sinn? Also ich muss jetzt fast nicht sterben. Ich bin doch die ganze Zeit am fast überleben. Am fast überleben. Also ich sterbe die ganze Zeit, aber ich bin fast am überleben. Ich glaube, mehr als zwei Eier und einen Arsch voll Federn kriege ich nicht nach Hause, du. Dieses dämliche Hühnchen ist schon wieder weg. Ich habe immer keine Ausdauer, wenn ich das jage. Dafür habe ich hier noch Müll gefunden. Mit Schisspulver. Ich habe links was gehört, aber ich glaube, das war nicht das Hühnchen. Oh, Schrotflintenteile. Geil. Blei und ein Knochen. Ich habe hier nochmal ein Nest. Zwei. Oh, zwei Eier in einem Nest. Nochmal. Nice. Ach, das war die junge Dame da unten. So. Ähm. Wo war ich denn stehen geblieben? Jasmin. Boot, 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 boot. Das ist doch kacke. Ich sterbe hier noch. An Hunger. Ich habe das Hühnchen. Ich habe kein Knochenmesser. Egal. Ich habe... Wie viele Knochen habe ich? Reicht nicht. Okay, ich habe fünf Fleisch. Sieben. Immerhin. Endlich mal ein bisschen Nahrung. Wenn ich mit der Kleinen hier rauf haue, kriege ich den Honig. Kleinen Moment, ne? Nein. Oh. Aufreizend. Aua. Miststück. Hier, auf dein... Bubi. Ich bin Zahnarzt. Ich muss mal hier ein Zahn entfernen. Jo. Äh. So ein Stein. Hier ist noch ein Vogelnest. Das wäre halt echt geil, mal so ein Reh zu finden oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Reh? Haben wir schon mal ein Reh gesehen? Ja. Ja, ne? Ich. Du hast schon alles gesehen? Ja, am Anfang. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Habe ich dich doch noch gefragt, ob man die, äh... Essen kann? Essen kann. Ja. Ach, das ist doch so ärgerlich hier. Ich finde hier... Ein Huhn. Oh. Hab ein bisschen mehr Fleisch. Hier war noch ein Huhn. Schönes Ding. Und ein Nagel. Hier ist noch so eine komische Mine. Nitrat. Das ist besser, oder? Ähm... Also die weißen Dinger sind Nitrat, ja? Das heißt, wenn ich mir den Wegpunkt speichere, als Nitrat... Ich glaube, das ist halt mega wichtig. Bin mir aber auch nicht sicher. Nein. Wie er nach hinten gefallen ist. Das ging jetzt aber schnell. Tut mir ein bisschen leid. Da hat er keine Chance gehabt. Ich würde auch sagen, ich könnte mich ja bald mal auf den Rückweg machen. Ich weiß gar nicht, wie lange laufe ich denn? Ähm... Ach, ich bin gar nicht so weit weg. 500 Meter. Ich dachte, ich laufe die ganze Zeit geradeaus. Dabei laufe ich im Kreis. Hier ist noch ein Huhn. Es kommt nicht weg. Hier ist ein Berg. Komm her, du. Es kommt den Berg hoch. Das ist ein Berghun. Ich habe es erwischt. Oh, Jasmin. Wir werden festlich speisen heute Abend. Und Federn. Seitdem ich die Jühner kille, finde ich keine Eier mehr. Ja. Voll. Nur Federn. Ich versuche mich mal in seiner Sprache zu identifizieren. Kommt wo die Mülluft nicht wahr, mein Freund? In die Berge wandern gehen? So. Ja. Wie verbleiben wir denn jetzt? Achso, das ist eine Blume. Kein Müll. Hm. Ach, Gottes Willen. Ja. Oh, Laternen. Das heißt, hier ist was. Au. Das hat mir wehgetan. Ich habe auch Gefühle. Kannst du sehen, wie das so blöd ist? Dreck über dein Gesicht. Hier liegt ein Rucksack. Sind wir hier mal gestorben? Keine Ahnung. Jasmin. Hier ist eine Pharmacy. Was? Eine Pharmacy und ein Einkaufsladen oder so. Hier gibt es bestimmt Essen für mich. Ich habe es auch bitter nötig. Essen. Essen für mich. Hier ist auch schon ein Marktangestellter. Ich habe Essen auch bitter nötig. Wie spät ist das? Wie viel Zeit hatten wir jetzt? Äh. 35. Aber ich würde gerne noch einmal reingucken. Und ich muss ja auch noch nach Hause kommen. Ja. Komm ich hier. Nee, da komme ich so nicht. Okay, ich bin jetzt drin. Kleber. Zombies. Ich habe hier Goldruten-Tee. Wir sind auch ein paar mehr Zombies. Ich hänge mich fest an der Kasse. Ah. Oh, ein Lootback. Aua, aua, aua. Aua. Runter. 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 Oh, Gottes Willen. Ich würde das aber knüppelig hier. Ich will keine Ausdauer. So, ich gehe wieder rein. Hast du das ganze Holz schon wieder verballert? Nee. Essen. Gott sei Dank. Andernfalls hätte ich jetzt vielleicht ein Problem gehabt. Kaffee. Wo ist das ganze Holz? Kaffee, Bohnen. Ich weiß nicht. Ich habe nicht viel genommen bis jetzt. Es ist verrutscht nach hinten. Es war doch immer nach vorne. Hier waren wir schon mal drinnen. Hier liegt der Rucksack, weil du hier gestorben bist. Achso, ich auch. Hier sind wir beide mal gestorben. Wo ist das? So. Ich gehe jetzt. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, wir beenden hier, so spannend es ist, die Folge. Sehen uns morgen wieder. Ihr seid mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Oh, oh. Tschüss.